Herzlich willkommen zurück zu... ...Ssssssssssssssssssssssssss Raft... What? Ich wollte vorerst sagen. Deswegen... ...Wachtergemonat. Äh, und dann Raft. Okay. Ähm, ja, willkommen zurück zu Raft. Jetzt gab's eine kurze Pause von Raft. Ähm, weil... Für uns eigentlich eine längere, muss man ehrlicherweise zugeben. Ja. Stimmt, für uns war es ein bisschen länger. Weil wir haben ein bisschen vorproduziert bei Raft. Und jetzt haben wir auch relativ, relativ lang eine Pause gemacht, weil wir jetzt vor allem im Vorrest wieder gespielt haben. Genau, und darum verzeiht, wenn wir jetzt wieder ein bisschen brauchen, wieder ein bisschen reinzukommen. So, hey, wo der Räfler stehen geblieben ist und so. Genau, ähm. Wir hatten doch hier diese Schüsselchen, ja genau. Ach, die Batterie war leer. Aha, ja. Ne, 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 die war nicht leer. Da steht Batterie leer. Die haben Batterie auf. Ne, warte, wir können hier doch hier. Ach so. Batterie leer? Ne, ernsthaft? Hallo. Fängt das schon wieder an. Stimmt, die ist leer. Stimmt, das kann ich mich gar nicht erinnern. Hä, die war doch letztes Mal. Ja, ich kann mich. Ich, ich, als wir gerade gestartet hatten, ich muss zugeben, ich habe jetzt gerade ein bisschen, ähm, 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 ganz kurz ein bisschen reingeguckt, wo, wie unsere ganzen Truhen und so stehen. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig. Ähm, und da habe ich schnell ein bisschen was gefuttert und getrunken, weil ich bin rein und ich bin am Verhungern und Verduschen gewesen. Ich kann mich, ich kann mich aber nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, aber, dass ich so ein Spiel beende. Sorry, aber ich beende doch kein Spiel, wenn ich Hunger und duscht habe, oder? Ne, ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt letztes Mal, war... Nö. Hi. Hopp. Ach ja, ist das schön. Ich spiele wieder Raft und bin wieder nur am Trinken und Grillen. Ja, ich glaube, aber auch bei der Insel haben wir eigentlich nichts mehr gehabt, oder? Ne, ich glaube, wir könnten den Anker lichten, ja. Wie geht denn das? Wie geht denn das denn? Ist das Entfernen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ne. Oder? Doch. Ich bleibe jetzt einfach trau... Ich bleibe jetzt einfach... Ich trau mich nicht. Ich bleibe jetzt trau. Ne. Das war doch... Hier, Anker nicht. Ah, oh, oh. Uh, Gott sei Dank, ich war kurz davor. Hoop. Der kommt hochgeschossen, ey. Weil Entfernen ist ja wirklich Entfernen. Ja, ja, da entfernt man das. Gut, ähm. Wie lädt man die Batterie auf? Ach ja, und es gab jetzt ein Update. Das sieht man gleich hier. Man kann hier jetzt Honig anbauen und so Zeug. Honig? Ich kann das mal lernen hier. Ein, damit kann man irgendwie Bienen fangen jetzt. Und... Ja, das ist irgendwie jetzt doof, ne? Dass die Batterie da ist. Oh, manne. Ja, jetzt war wieder... Nein! Wo ist er denn? Ah, Arschlöcher. Kann man die... Kann man die... Ich geh mal wieder angeln. Das hab ich lange nicht mehr gemacht. Yay. Jo. Ähm. Oh. Tja, wie lädt man jetzt ne Batterie auf? Kann man das mal... Gibt's ne Ladestationen oder sowas? Oder muss man jetzt glückseitig nochmal ne neue Batterie tun? Kupferfahre? Ne, weil da ist ja so ein Biken liegt. Hä? Das ist bestimmt irgendwie so ne Ladestationen oder sowas. Also ich könnte jetzt... Tritt schon mal ne Batterie machen. Die ist gar nicht mal so teuer von den Ressourcen her. Ach, keine Ahnung. Weil wir wollten ja jetzt unbedingt mal so ne große Insel. Und ich würde sagen, komm. Ich brauch jetzt mal ganz schnell irgendwie so ne Scheißbatterie. Und haue hier die Fulle da rein. Und wir brauchen unbedingt ein Bett. Das geht ein Schalten. Haben wir nicht ein Bett? Anzahl erhöhen. Ach, wir haben noch ein Bett. Können wir eigentlich in der Nacht immer schlafen und wir beide uns hinlegen? Kann man da die Nacht schlafen? Ja. Sollen wir das mal machen? Weil irgendwie die Nächte... Ich mach die Nächte nicht. Ah, ich glaub, das hab ich langsam kapiert. Hier ne 4. Und hier ne 9. 1. Mist. Ne, verstehe ich das mal ganz. Also ich krieg die nicht, ne? Es geht nicht. Bei mir sterben die Viecher nicht. Ne, die Kräle. Ich spieße den richtig komplett auf mit meinem Speer. Das juckt den nicht. Der fliegt dann einfach weg. Oder kann man die nur erwischen, wenn sie in der Luft sind. Boah, das Spiel hat so viele Fehler, die mich einfach nur nerven. Es ist ein bisschen schwierig, die zu erwischen, das stimmt schon. Also wir sind jetzt, glaube ich, mal auf einem guten Weg. Ich hab's mal wieder ausgeschaltet, dass es jetzt so schnell leer geht. Ach so, ist die Batterie jetzt ne neue rein und ist jetzt geladen? Ja, ich hab ne, ne, ich hab ne das neue rein. Die leere tue ich jetzt einfach voll. Mach mal hier rein. Haben wir jetzt noch irgendwie Grundmaterialien? Weil wir haben da ja ein bisschen Metallbahn und sowas. So, wie waren das hier gleich? Ah ja, genau. Hier Stein, Schrott, Kupfer, Kupfer, genau. Ah ja, die ganzen Algen und sowas, die konnte man... Seetang, genau. Ja, Gott, zack. Ich versuche immer so schnell wie möglich mein Speer rauszuholen, aber da ist er entweder schon weg oder es geht nicht. Gott, kann man hier... Genau, Kupfer platzieren. Nein, hier wollte ich nicht Kupfer. Naja, schau's drauf. Dann tun wir mal mit Kupfer. Ah, ich hab's wieder durch. Ich muss noch was machen. Äh? Ja, ich hab's schon reinge... Also, ich müsste eigentlich... Ah, jetzt ist der Zeit da. Yay. Gluck, 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 gluck. Ach, da wär ja ne Flasche, ne, eigentlich. Die Flasche... Wieso ist die Flasche eigentlich im Inventar? Versteh ich nicht so ganz. Ach so, das ist ja... Wo? Wo? Ich sehe ihn nicht. Ich bin schon da. Oh nein, hat er jetzt echt eins kaputt gemacht. Nee, nee, das ist... Doch die Ecke, die fehlt doch schon. Die fehlt schon länger. Ach so. Ja, wenn du das sagst, dann bin ich zufrieden. Ähm... Ja, ich bin gerade so... Warte, ich schau noch mal kurz nach. Ach, wo sind wir denn hier aktuell? Nein! Oh, jetzt hab ich ne Ruhe rüber gegessen. Gut, gut, irgendwie... Toll. Was hab ich denn jetzt eigentlich? Ich verstehe gerade nicht ganz so, was es bringt, wenn man... Ja. Ich glaub, wir müssen mal ein bisschen hier nach rechts gehen. Ich weiß nicht, aber... Das große Beet bringt irgendwie weniger wie das kleine, kann das sein. Wie meinst du? Wenn du jetzt da hinguckst, da sind zwei Felder zum Pflanzen, da sind drei. Ja, ja, aber da kannst du ja größere Pflanzen rein haben, da... Ach so, okay. Da kann man ja noch so Ananas und sowas... Ah, okay, es geht beim Kleinen nicht, okay. Dann hier nochmal Kupfer. Dann tun wir das ganze Kupfer hier mal einschmelzen. Wie viel Holz hab ich noch? Oh, 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 so ist gerade... So, wir müssen uns jetzt hier mal was überlegen. Ah, genau, also die ganzen Blumen und sowas, die werden ja jetzt schon ein bisschen nützlich, dadurch, dass man jetzt diese Bienen hat. Ach, jetzt sind sie nicht mehr ganz so sinnlos, oder wie? Ja, genau. Wenn man irgendwie Blumen in der Nähe dann hat, dann... Genau. Ah, verstehe ich. Ah, jetzt müssen wir uns mal überlegen. Okay, wir wollen jetzt natürlich jetzt so eine nächste Insel. Das ist natürlich klar. Ja, aber zu einer großen, also nach... nach dem... Ding da. Ja, wir wollen ja jetzt trotzdem auch noch irgendwie was bauen. Ich dachte einfach mal sagen, dass wir hier die Plattform oben weiterbauen. So gesagt, den zweiten Stock immer erweitern, sodass wir hier eine Treppe schön hoch haben. Ah, Gott sei Dank, was geht denn jetzt ab? Hier hoch und dann so gesagt nach rechts eine schöne große Plattform, eine zweite. Ja, das könnte man machen. Oder? Ja, das kann man machen. So, weil der zweite Stock wäre... Und dann könnte man das in der Mitte alles ein bisschen verteilen, weil wir haben ja hier... Weil oben frisst das ja nicht an. Wie oben frisst das? Ja, wir haben ja hier alles in die Mitte geklatscht, weil wir haben Angst haben, dass das dann weg ist, wenn der das am Rand kaputt macht. Ach so, ja. Und oben kann er es ja nicht anfressen, also... Deswegen... Das stimmt, das stimmt. Aber jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn er dann irgendwie die untere Plattform, wo eine Stütze drauf ist, anknabbert. Ich glaube, das ist dann alles einstürzt, umso. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Da, glaubst du... Echt? Da, glaubst du... Ich bin grad voll fleißig am Essen produzieren. Das ist gut. Warum ist da Kunststoff drin? Apropos Essen, ich bräuchte mal wieder was zu messen. Auf dem Grill liegt schon was drauf, das kannst du dir dann von mir aus gleich gerne... Oder hier ist eine Gemüsesuppe oder sowas. Friss was denn aus. Der Mumu ist schon ziemlich viel fressen, habe ich das Gefühl. Jaja, das ist kein Gefühl, das ist einfach so. Und oben könnte man das in der Reihe von der 10 Grills oder so machen und dann alles draufhauen. Ja, das ist gut, dass wir das schon mal rausgefunden haben, dass man jetzt diese Vögel killen kann und dass man die dann auch schon grillen. Ich schicke mir knaggels. So, ich guck mal, wie es weiter ist mit dem Bauen vielleicht. Seetang platzieren. Seetang platzieren. Das war... So, Bauen. Das war hier drin. Genau, dann kann ich hier noch in Kupferbahner rein. Perfekt. Oh, da schwimmt richtig viel an. So, dann schaue ich noch mal kurz auf den. Oh, gut schön. Hi. Also, wir kommen langsam näher der großen Insel, muss ich sagen. Also, wird langsam. Wird langsam. Können wir euch schon ernten? Nein, geht noch nicht. Schade. Oh. Achso, hast du schon weggescheucht. Brav. Was? Ja, keine Ahnung, irgendeine Krähe oder so. Ach, Nägel. Weißt du, jetzt dachte ich, oh, ich habe ein bisschen Holz gesammelt. Nö, Nägel. Achso, Nägel. Das war ja auch noch. Es braucht einen Schrott. Schrott ist da drin. Boah, Schrott haben wir gar nicht mal so viel, ne? Ja, das ist ja das Problem. Oh, jetzt wegbein das Wasser gefallen. Ja, Schrott. Da ist noch ein Nagel. Achso, nee, das ist immer... Nee, also Schrott haben wir schon ein bisschen was, aber... Wie stellt man denn Nägel her? Schrott einfach. Zwei Schrott, drei Nägel. Ah. Ja, jetzt habe ich mal 15 Nägel gemacht für mich. Ja, die bräuchte ich aber auch. Es ist ja noch Schrott da, kommst du ja noch was machen. Ah ja, gut. So. Hallo. Musst es sein. Jawohl, ich habe einen. Dann, dann ist der Flatter ihn. Jawohl. Kannst du ja auf dem Krille hauen und Krillen. Ja, mach ich gleich. So, wie ging das denn gleich wieder? Foundation. Nein. Was? 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 Ach, man muss erst die ganzen Stilzen, wahrscheinlich wieder hinbekommen. Ja, bin ich ja gerade dabei. Dann kommen wir hier wahrscheinlich schon die... Dann brauche ich die Plattform. Das ist diese normale Holzboden, glaube ich. Den kann ich dann hier so... Ähm. Ähm. Ich hab's doch. Ah ja. Ist es nicht diese Foundation. Äh, das ist ganz normal bei Holzboden. Genau. Aber da brauchen wir jetzt keine Nägel, ne? Ne, bei Holzboden nicht. Nur bei den Säulen, äh, Säulen, glaube ich. Ach, warte, wenn wir mal ein bisschen aufpassen, nicht das jetzt mein Wettzeugchen... Wettzeugchen, was braucht ihr denn? Da, da braucht Schrott, da braucht ein Bolzen. Ein Bolzen? Bolzen? Bolzen braucht... What? Es... Hier eine dicke Schraube. Ach, come on. Come on, Batch. Ich hab nur Nägel, es kann mir keine Bolzen geben. Ja, dann müssen wir halt wieder so ein... Ne, gut, dann Plastikhaken halt machen. Geht's halt anders. Da sind noch ein paar Blätter. Das sei mal halt, dich mal. Da hab ich jetzt da aus. Oh, was hat denn da aus dem Herzen? Ernten, ernten, ernten? Ernten, ernten. Macht rechts. So. Nein. Oh, schön, durchstich. Gluck, 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 gluck. So. Wo wir essen? Das ist wieder rein. Oh, das ist so kleines Ding. All right, all right. So, da lau. Schauen wir nochmal ganz kurz drauf, nicht, dass ich mich das verlinkt habe. All right, all right. Okay. Ja, ja, also wir werden, wir kommen langsam näher. Über die Hälfte haben wir schon von der Strecke zurückgelegt. Braucht frisches Wasser. Ach so, du hast schon geerntet. Gerade eben, ja. Ach ja, stimmt, ich muss es noch gießen, bitte. Mach ich gerade, ja. Das ist nicht lang her, das ist jetzt keine Ahnung. 30 Sekunden her oder sowas. Was, so lang? Krass. Alter, guck mal nach da, Alter, wie viel Fässer. Oh, das ist, oh, das ist ein Traum. Oh, oh, oh. Mm, mm. Nein, warte, ich bin jetzt nicht gierig. Nee, du darfst, ist mir gerade so aufgefallen, du darfst hier gar nicht so aufs Angeln, glaube ich, ganz so nie, weil das deprimiert ein bisschen. Ein bisschen hin und wieder, klar, sammelt hier, wir haben eh super Netz. Also wir haben hier ordentlich Netze. Ja, das ist hier nett. Und ich muss. So, so. Na, ah. Nein. Oh, er ist tot. Oh, nice, dann hol ihn dir. Dann hol ihn dir mal, friend. Ui, da können wir ein bisschen schwimmen. Nice. Und gleich ins frische Nass. Jetzt wäre halt eine Insel ganz geil, weil jetzt könnte man da das ganze Zeug gut abbauen. Ja, aber ich brauche jetzt noch mal ein bisschen Schrott, weil ich wollte gerade noch eine Truhe bauen, weil die Truhen, die gehen mir langsam echt. Ja. Mmh. Deswegen baue ich noch mal eine Essenstruhe oder sowas. Ich glaube, wir müssen jetzt auch ein bisschen mal weg von der schönen Strömung, wo es ganze Zeug ist, um zu dieser Insel zu kommen. Schauen wir mal, ob ich das richtig gemacht habe. Na gut, wir nähern uns langsam, aber stetig. Warte mal, ähm. Genau, die Haiköpfe, die waren ja, glaube ich, da vorne drin. Na genau. Wie baut man ein Scharnier? Da braucht man Metallbahn. Haben wir eine Metallbahn irgendwo? Ja, hinter dir da sind Kupfer und Metallbahn, glaube ich. Perfekt. Okay, jetzt habe ich das erstmal erledigt. Das erledigt, mache ich erstmal wieder essen. Achso, du warst schon dabei. Sehr schön. Du bist schon dabei. Ja. Nee, also ich glaube, Essen ist mittlerweile gar nicht mal so schlecht. Aber wir bräuchten vielleicht mal eine größere Essenstruhe. Ja, das mache ich ja gerade. Bin ich ja gerade dabei. Oh, mein Entar ist voll. Vor allem kann man vielleicht zu Schilde das was machen. Gab es denn nicht mal so was? Äh. Ich bin so lange her. Da gab es doch, glaube ich, irgendeine Schildschild. Nein. Wo war das denn? Ja, genau. Ja, genau. Schildschild. Ach, braucht Nägel. Habe ich gerade hierher. Habe ich hier gerade 22 Nägel reingerannt in die Kiste. Ach, 22. Ich hatte auch nochmal 15. Er passt dann mal wieder Bauvorrat. Naja. Dann hier ein bisschen Klipper rein. Ich höre dich doch schon wieder. Oh, ich erwisch diesen scheiß Vogel nicht. Der mobbt mich. Na gut, ich würde sagen, jetzt erst mal die Truhen dann irgendwie mal so Lagerraum oder sowas machen oder irgendwie anders. Ja, ja, ich bin ja, ich, das ist ja gerade mein, das ist ja gerade mein, das ist, gerade mein Ziel. Dann kann man die Schilder vielleicht machen. Das ist ja gerade mein Ziel, dass ich wirklich mehrere Truhen ganz geschmeidig mit, nur mit Essen versorgt, damit wir endlich da mal ein bisschen Ruhe haben. Ja. Bisschen sortierter. Soll ich dann aber trotzdem hier weitermachen oder wollen wir uns erstmal konzentrieren uns auf die ganzen Truhen? Ne, ne, die Fläche, die kannst du weitermachen, die kannst du komplett, also wenn du da immer Bock hast, ich mach das auch so nebenbei, ja, so. Naja, okay, wenn ich mich da wieder mal auskennen würde, ach halt. So. Ah ja. Muss man eigentlich... Jawoll. Jawoll. Die können mich jetzt mal langsam machen. Popolecken. Halt, ich wollte doch gerade mein... Oh, so geht's ja. Ich wollte gerade mein Hähnchen reinhauen, aber ist okay. Doch, also ich habe es relativ viele Rüben und so ein Zeug, also... Sieh, glaube ich, ganz... Oh, Alter, schau mal da direkt vor uns. What? Was ist denn das? Oh. Ist das, was ich... Das ist das, was wir finden wollten. Ach so. Unser Gerätchen hat das so wahrscheinlich, das sieht ganz danach aus. Oh, sehr schön. Oh, nice, 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 nice. Oh, nice, nice, nice. Oh, nice, 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 nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, Moment, da, Windräte drauf. Kann man hier irgendwann mal elektrischen Strom durch so's machen? Ich weiß jetzt nicht, ob wir das machen können, aber das ist ein Windrad drauf. Das wäre nice, irgendwie so automatische Hai-Geschütze oder sowas. Automatische Hai-Geschütze. Wo man dann irgendwie so rote Beete auf ein Hai schießen kann. Oh, 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 oh. Stirb. Äh, genau, ich wollte dir eine Säule bauen. Glaub's, wenn ich... Warte, einfach mal hier. Oder ist das so weit weg jetzt? Schau mal. Wenn wir hier jetzt den Boden mö- ah, das geht sogar, oder? Wenn wir hier? Oh, perfekto, perfekto. Perfekto. Du musst immer, ähm, zwei Abstand, also um eins, so ne Säule können vier, einmal rum halt, einmal vier solche Plattformen sein. So, oder? Guck. Genau. Hast eh nen guten Muster eigentlich vor dir. Ja. Ich hab einfach zu viel Voraus gespielt, ich drück die ganze Zeit die falsche Tassen. Ja, ich auch. Hahaha. Zum Beispiel vorhin wollte ich die Truhe drehen und einfach nur mal drauf. Hahaha. Hä, warum dreht sich das nicht? Hahaha. Das war. Ähm. Ja, halt. Das seh ich nicht. Bleib da fast. Komm zu mir. Scheiße. Yay. So, jetzt muss man so ein bisschen aufpassen wie da mit dem Holz, jetzt habe ich ziemlich viel Holz verbaut. Nöch. Was will ich denn da mit einem Stein müssen? Hab ich denn Steine in meinem Inventar? Hab ich denn Steine in meinem Inventar? Weiß ich nicht. Frutinen. Ähm. Boah, das ist so ne gegrillte rote Rübe, das bringt halt irgendwie echt. Na weh nicht, aber die gibt's halt in Unmengen. Deswegen. Ja, also jetzt an. Wir sind wieder voll auf uns zu. Gegen Strömungen, ne. Wir kommen irgendwie nicht richtig ran. Ah. Ah. Hm. Ich bin schon mal überlegt. Obwohl, ne. Ich glaub eins und was er ding soll. Ah. Reiche. Töte ihn. Wir brauchen Fleisch. Ah, ich hab ihn einmal erwischt beim nächsten Schluck. Da, Hai ist wieder da. Oh, yeah. Was, wo, wo, wo. Ja, hier rechts war er. Der ist nur vorweig geschwommen. Er war ja tot, stimmt er. Hallo. Spätternacht? Das war doch gerade erst Nacht. Müssen wir da jetzt wieder hinrudern oder was? Ja, ich glaub irgendwie schon. Ich hab aber auch kein Ruder. Ja. Ja, aber vielleicht macht das. Ich schon aber. Amnächst kaputt. Wart mal. Wenn man das hier bissl dreht. Ja, ne. Das ist irgendwie. Ja, weil wir grad volle Rotze Gegenwind haben. Guck mal wie das Fähnchen ist. Wir wollen mal warten, bis sich der Wind wieder dreht oder was. Boah, ich weiß nicht. Können wir, wenn wir jetzt da hochgehen, trennen wir beide oder? Bäh. Achso, ach ja, stimmt. Da war ja was. Aber nicht, dass wir da vorbeifahren. Dann hab ich auch keinen Bock drauf. Scheiße. Kannst du dir das eigentlich auch dazu legen? Guck mal noch. Leg ich mal hin. Nee, ich glaub da braucht man ein zweites Bett. Na, okay. Na, gut zu wissen. Ah, Mann, jetzt muss ich da hin paddeln. Oh, es ist ehrlich. Ja, warte. Hallo, muss das sein. Weg mit dir. Weg mit dir. Gut, wahrscheinlich werde ich jetzt verschüchtern. Paddel, paddel, paddel. Boah, ich kenn mich hier grad wieder so. Paddel, wo bist du? Wo bist du? Es sagt, da ist es. Kunststoff. Ja komm, ich paddel es einfach mal hin. Mal irgendwie gefühlt. Mal irgendwie, das sei weit weg. Nee. Kannst du das Segel nochmal neu ausrichten? Weil ich bin mir nicht sicher, ob es grad richtig ist. Oh. Äh, paddel herstellen und weiter geht's. Jawoll! Blöde Möwe. Oh, es geht richtig los jetzt. Es war jetzt ein bisschen ekelhaft, weil die hat sich grad in diese seine Nest gelegt, weil es wieder gebaut hat. Jawoll! Bald haben wir keine Möwen mehr hier. Oh, ich hab ne Errungenschaft bekommen. Dankeschön. Achso. Zehn Vögel gekillt oder sowas. Toll. Und ich nicht. Ja, versteh ich irgendwie auch grad nicht. Tötet zehn Vögel. Ja, aber wenn das zählt, wenn ich das mach und das für dich zählt, dann müsste es ja auch zählen, wenn du das machst, oder? Ja. Also das ist jetzt irgendwie ein bisschen kurios, finde ich. Du hast keine Errungenschaft bekommen, grad? Nee. Aber es kann sein, dass ich die deaktiviert hab, das weiß ich nicht. Dass ich seh halt. Achso. Ey, kannst du nen Anker reinhauen? Äh, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Genau. Maltrin, ja. Perfekt. Habe ich mal kurz denn klären und machen. Genau. Haben wir jetzt mal ganz gechillt. Ja, eigentlich schon, theoretisch. Jetzt kann man es hier erst verkrachten müssen. Ich tue einfach jetzt alles überall rein, weil ich gerade keinen Bock hab zu sortieren, ne? Na doch. Ne? aber ich sonst nicht weiß wie wieso weshalb gottes will ich habe aber überhaupt noch andere aber auch noch nicht werde ich alle brauchen wahl wahl geschickt und stoff aufnehmen aufnehmen eine notiz t aber steht jetzt geht jetzt geht es glaube ich wieder nein ich habe ich weg kommen hier muss noch was geiler bruce you bastard i got you jetzt geht es weg ja hier kommen wir nach oben wahrscheinlich kommen schon irgendwas geiles findet man kiste auf einem holzen glas holz natürlich ist es so stockdunkel aber wir haben auch viel schrott das ist schon mal nicht schlecht wie kommt man denn hier robbie boats gahn bastard shark hieß after me gonna stay here named him bruce bruce ist daheim ja gonna stay here until i find a way of this place mike steht da an der wand ach so korda shark named and named him bruce okay stimmt da jetzt aber jetzt bin ich hier oben ist hier noch irgendwas hallo kunststoff kunst hallo findet man hier nur kunststoff jetzt ich habe ich habe das eigentlich nur kunststoff gefreut dass noch eine truhe ich würde gerne irgendwo aber die küche ich das ist alles so gern mitnehmen irgendwie aufs boot ja ich so jetzt bin ich ja im kreis gelaufen so kommen hoch alles klar kann man es irgendwie mitnehmen hallo ich möchte dieses windrad einfach abhuntieren und mitnehmen wenn es keine umstände machen würde ja kann man hier nicht irgendwie das hier nutzen hier zum hochklettern hier also hey komm schon aber du hast es echt geschafft was habe ich geschafft kunststoff schrott habe ich hier wieder ja aber sonst ist hier aber auch nichts großartig nicht nicht mal oben bei der schüssel ja ich geh gerade hin ich bin aber da war ich noch nicht schnauze jetzt ich habe eine errungenschaft bekommen ja aber dann bekomme ich ja doch errungenschaften kiste aufnehmen glas metallbahn scharnier schrott baubland stirnlampe hinweis aufnehmen also das war jetzt so gesagt dass utopia utopia ist dann 8 ist utopia dann vielleicht dieses riesen ding wo man dann ein bisschen lustig das so das schöne wo kann ich dann von hier aus runter springen sterbe ich da also fallschaden ist glaube ich nicht sehr hoch muss ich sagen also ich glaube überhaupt kann aber wenn ich hier ins wasser spring sterbe ich nicht oder aber ich trau mich gerade nicht wegen den haien wie ist er endlich ist auch übergeschafft so kann man weiß ja was die bis dahin ist speicher welt speichern hast du ich habe ich aber ganz schön knapp wer holy moly hast du noch recht leben verloren ne ne habe ich nicht ach unter wasser geht es auch noch mal eine tür rein ach das zeug steht unter wasser ist immer interessant ach so boah alter ich muss unbedingt was essen und trinken da ist noch mal schrott 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 ich hab so wenig energie dass ich jetzt keinen anlauf nehmen konnte bin ich da so aah ich bin nicht runter gekommen bist du tot? ne 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 aber alter ich muss was trinken was da ist kein wasser drin oh lol hast du irgendwelche wasser rausgenommen und nicht nachgefüllt oder sowas? das kann sein dass ich mal äh ooooh ne vielleicht mal weißt du jetzt greift der haie an wirst du mich verarschen der war grad weit weg Arsch durch die wassenmelone kann kriege ich bisschen wasser das ist schon mal gut hallo blöde blödes Vieh Fischantopf haben wir doch bestimmt schon, ne? rote Rübe, rote Rübe einfacher Fischtopf ich hau nochmal essen mit rein Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel Kartoffel Rote Rübe, Schenkel, Kartoffel eigentlich können wir weiter fahren, weil eigentlich habe ich ja alles also du warst unten drin oder was? ja, da war eine Kiste drin mit viel Zeug und Schrott überall also wir können gerne noch versuchen unten an der Erde, weil ich meine da kannst du ja auch noch sammeln brauchen wir irgendwie Material, dass da mal ein Dings ja also Eisen und Kupfer und sowas und Seetan und sowas wäre schon geil achja und eine Kommentar hat ja jemand geschrieben, wenn der Hai angreift und ihr das Maul aufmacht, dann einfach mit einem Speer reinpiksen ja ja, das habe ich gesehen, das war ja bei mir auf dem Kanal, der das geschrieben hat achso ja, bei mir haben sie das auch geschrieben achso ja, das habe ich ja gerade gemacht, aber hat nicht so gut funktioniert weil der ist dann weggeschwommen und ich drehe mich weg und zack, Schaden das war gerade ein bisschen warte, ich sollte was essen, bevor ich da irgendwas mache äh 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 haben wir nichts weggekochtes? oder hast du das hier irgendwo versteckt? äh, oben ist gekochtes, aber es müsste auch was auf dem Grill liegen also mhm, nahm kann habe ich vorne drauf geschmissen ah ja, da hat das ganze Grille Zeug, das sei gut ich hole gerade ein bisschen Zeug, Sand und so, weiß ich nicht, ob wir brauchen das können wir mal alles einschmelzen ne, das passt na gut, Stein brauche ich ja nicht, Stein haben wir eh an Unmengen ja, Stein passt so warte bleib weg oh ja, jetzt ist es funktioniert er ist auf mich zugeschwommen hat es mal aufgemacht und genau an dem habe ich gepikst und dann hat er gleich einen Abflug gemacht und ich habe keinen Schaden bekommen ja, sehr gut nice ach genau, magst du die Dinge mal bewässern? das ist mal sehr nett von dir hab ich gerade gemacht genau, super genau, den Haken wir können mal den herstellen, so ja, es ist ja noch was unten wahrscheinlich, oder? hm? was ist unten? naja, da ist noch genug Schrott hier da ist noch genug Schrott hier da ist noch genug Schrott hier haltest du Stein? ja, doch ist jetzt halt äh, Sand, Salz Ton Stein Stein, Stein Ups das habe ich jetzt nicht geschmallt, dass er mich angegriffen hat, das scheiße heim ey lol, ich sehe nicht so, jetzt machen wir das mal so ok, hat das bei mir nicht gerade funktioniert? ja, du musst direkt auf dich zu, weil sonst geht's nicht äh, 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 wieder rein äh, was tue ich denn da oben rein? ganzen Steinscheiße ey, da hast du was vergessen Aktentasche ach, krass ja, gut, da habe ich wahrscheinlich keine Luft mehr gehabt Mann hm hm ja, ich möchte mal bis hin wirpala ja, woll blöde Vieh oh, hier ist noch ein Quist oh, Mann äh oh, da wo viel drin krass der Scheiße kann man irgendwie auch sprechen oder sonst? hä? äh 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 blöde Haiiii oh, Mann hat irgendwas kaputt gemacht ja, der hat was kaputt gemacht uff knapp oh, diese blöden scheiß Federn, ehrlich hat man mittlerweile viel, ja auf dem Grill war ja was na, hast du das auf dem Boden aufgehoben? ja ach so, gut, ja, weil ja, die eine Feder habe ich mir genommen was ist eigentlich hier drin? ach so, hier ist das ganze Pflanzen scheißdreck drin hm aha hast du unten noch was gefunden? also wer da theoretisch noch was? äh ein bisschen Schrott und Lehm und sowas aber ich bin gerade nicht hier nur um sortieren und weil ich eh keinen Platz mehr habe fällt mir die ganze Zeit runter also ne, dann gehe ich noch ein bisschen rum dann holt ein bisschen Schrott ja ich mach das, äh in Ruhe lässt das scheiße bääh und wie funktioniert es mit dem Bauplänen eigentlich, wo haben wir die hingetan? da daneben da diese anderen plastik dinge da wo die heiköpfe draußen was bringt es eigentlich die baupläne da ich weiß nicht wie man die benutzt schon sechs haiköpfe dann habe ich jetzt das hast du hast du schon gekossen gerade das heißt gerade ich also vorhin halt wenig gerade eben habe ich gepflanzt und jetzt brauchen wir aber kein wasser sehr merkwürdig die sind aber auch so klein gefühl diese tun ist ja deswegen baue ich gerade voll am truen bauen also habe ich oben habe ich noch eine da wollte ich gerade ich weiß noch nicht genau was ich da rein tun will furchtbar einfach ich glaube du bräuchte es für alles also hast du gerade ein früchte kompott anleitung weggeschmissen ja ja die habe ich gerade wieder aufgesammelt weil ich nicht wusste was das wird ja was so soll man dann noch mal auf die insel gehen oder so mal nochmal ach scheiße wir sollten die folge wenden holy moly danke fürs zuschauen und bis zur nächsten folge tschau tschau